Man hört ja immer wieder, dass die gesetzliche Rente nicht sicher und schon gar nicht finanzierbar sei. Denn immer weniger jüngere Menschen zahlen Beiträge in die Rentenkasse ein, um die Renten der älteren Generation zu finanzieren. Ja, der demografische Wandel, der eben genau dieses Phänomen beschreibt, der stellt unsere Gesellschaft vor eine Herausforderung. Unser aktuelles Rentensystem kann diese Herausforderung meistern, entgegen so mancher Behauptung, wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen. Untertitelung des ZDF, 2020